Ein wunderschöner Stadtsee mitten in der Stadt von Neustrelitz und der Zirka-See hat sich zum Teil schon sehr schön entwickelt, aber der Hafen ist ja nicht alles. Wir haben es noch nicht geschafft, 30 Jahre nach der Wende aus diesem See wieder eine Entbadesee zu machen, einen See, den wir als Einheimische und als Bewohner nutzen können. Wie gerne würden wir mit unseren Kindern doch hier zum Schwimmen gehen, zum im Sand buddeln gehen, zum Surfen, Stand-up-Paddling. Wir wollen diesen See wieder nutzbar machen und ich stehe dafür ein, sowohl die Strukturen in der Verwaltung dahingehend zu verändern, dass sie dort einen verankerten Ort haben für Wirtschaftstourismusförderung, für Stadtmarketing, für Citymanagement und für die Entwicklung von solchen wunderschönen Orten, wie sie früher auch mal gewesen sind. Am 18.04. ist die Wahl und ich würde mich sehr über ihre Stimme freuen. und ich würde mich sehr über ihre Stimme freuen. Am 18.04. ist die Wahl.